hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge gar nicht und zwar letztes mal haben wir ja bossy killt jetzt jetzt zu den drachen und ich habe mir noch ein relikt gekauft das wird illusion die für dich kämpfen schauen wir mal ob das sinnvoll ist oder nicht oder war guter einwand na denn bereit ich warte ja kann das sein dass der hintergrund sich irgendwie auch verändert ist mir gerade mal so aufgefahren ja da zieht eine wolke lang ja geil oder hat man den schon von einfach an ne ich glaube nicht okay also bestimmt jetzt durch dieses neue reich jetzt kann ja das doch ja ist ja wieder auch also ich habe nur nicht entdeckt den feind also hier ok gucke ich will da rein ich will mal gucken der gauntlet scheint als eine art knotenpunkt zu fungieren das ist nix ne das ist ja schade scheinen nicht so ich hör mal licht aus ihm an oh die sind ja cool alter ich habe einen erfolg gekriegt wie jetzt na ich habe mehr feld gekriegt warum sind die da oben hä was also war das bei dir auch so dass die gegner nach oben geflogen sind nö ne bei mir sind die gerade hoch an der decke geflogen machen die da ah keine ahnung frag mal sind ja blöd oh hey ich habe jetzt gedacht dass die drachen ey bei mir fliegen die immer nach oben alter guck mal die illusion alter bahn 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 alter die haben richtig bock geil ey ist das wirklich bei dir nicht so nein bei mir fliegen die übel nach oben was ist doch geil alter voll crank na wie beim wirst du es nicht warum sind die eigentlich so schnell keine ahme ich habe es eilig ja schön ich nicht soll sich mal entspannen ja ja die machen aber keinen schaden ich stehe die ganze zeit in dir drin und die hauen mich es passiert einfach nichts ist immer noch nicht kaputt hä ich habe die ganze zeit die monster gekillt ne du musst das ding kaputt machen ja ist mir klar aber dafür muss ich ja erst die monster töten immer drauf ja ok was denn hier drücken interagieren achso ich bin klein ja ja oh nein rätsel vorsicht was denn das sprengstoff ach bumm ah könnten wir eigentlich jajaja essen geh weg fast so gut wie absinnt ich habe ihn ich habe ihn da durch alter eeeh oh geld danke oha bapapapapam feinde der grundramane das ist ja blöd nicht viel angst vor mir aus der seh ein noch einer was denn das oh alter bam ja gut und jetzt die tür da unten war auf jeden fall nicht aus hey da unten war auf jeden fall sprengstoff was ist das gold ok hier ist es hier ja da essen raus ja stimmt das hab ich gebraucht das brauchen wir nicht yeah nö hm hm ey komm du hast auch schon den erfolg äh ey warte mal wir sind im kreis gelaufen ja also quasi geht es dir nach links irgendwie noch weißt du das ja guck doch ja ich sehe ja nichts nö siehst du kannst du durchschlaufen yeah alter warte mal warte mal ich warte ja ich hab auch so die idee check das uoooaah 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 geil oder uoooaah uoooaah alter wie ich darauf schon überkommen ich hab schon zwei ha wieso brauchen wir das sprengstoff nimm es einfach erstmal mit genau erstmal haben genau wir müssten ja hier lang oder ja aber wie schon willst du nicht ok oder alter machst du wow ist ja fast tot alter alter was mit ihm uoooaah stirbt der nein der stirbt nicht der lebt ewig ok easy alter hammer ich nehm mal ja ne äh vielleicht war da unten bei den dynamiten dingster nach unten gegangen oder so ich ne mal gucken da war so viel auf dem haufen ja deswegen ich dachte man muss das jetzt so ein bisschen mitnehmen alles äh ist doch nix oder nö vielleicht direkt das grab hier links weiss nicht warte mal ich pack mal eins hier hin und nehm das noch mit hey was ist das denn warte mal was ist das hier oh warte mal vielleicht lassen wir das mal drauf stehen machen wir jetzt ne bombe ach ich geh mal weg von dir alter ach ich geh mal weg von dir alter ach nicht dass du mir hier noch mal anzündest ok das war auf jeden fall sinnvoll hey ey cool ah ok wir nehmen es mal beide mit oder willst du das grab nochmal anzünden höh kann er schmeißen echt wie hast du das gemacht einfach linke maustaste geil probier nochmal das grab zu sprengen bamm ach bamm ok das geht nicht aber wir nehmen auf jeden fall mal zwei mit ja es kommt nichts ok ich glaub wir brauchen ja würd ich grad sagen komm her ich zünd dich an naja deswegen reich nicht vor du wirst schnell oh gott alter was ist los mit dir das war mit dir wo hey nu geht so oh stell mal die tonne weg ja stell mal die tonne weg ähm bam so geht das äh du hast die tonne angemacht ja die blicken schon wieder nach oben alter ey was ist bei dir weiß ich nicht meine feinde die fliegen irgendwie immer nach oben wenn die gestorben sind hä hä naja weil die in den himmel hochsteigen ja stimmt siehste ist ja eigentlich normal ja voll logisch so hier ist auch nichts hey könnten wir übersehen das ost ja weil wir übegeil sind was das denn willst du mich verarschen ho 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 warte ich auch ausführe okay ja ja los nimm du mal du siehst so arm aus h h h links geht es auch noch weiter ja nein gehen wir mal da hin haben wir einen schlüssel nö äh nö da ist ein schlüssel wie schlecht ist das gibt es auch essen ja nimm was zu essen ok okay ja ich habe erfolgekriegt hehehe nachmacher ne stratege noch mehr bomben oh oh hilfe ne ich hab die bomben grade kaputt gemacht mann ne ich hab die bomben kaputt gemacht Und die fliegen auch hoch, Alter. Das ist echt lustig. Oh nein, wir hätten hier ne Bombe gebraucht. Echt? Wollen wir die schnell holen? Ja, wir holen die schnell. Ja, okay. Oh! Jetzt schaffst du das Ding hier rein. So. Ach ja. Ich muss das nächste Mal noch weiter wegstellen. Ja. Damit du da überhaupt nicht mehr rankommst. Deswegen. Machst du. Ja, was kaputt gemacht. Du musst da so ne Fax zu machen. Da kommt nichts bei raus, siehst du doch. Ja. Soll ich mal anmachen? Überleg's dir. Ich kann das wegwerfen. Ey, ich renne rückwärts genauso schnell wie du. Ne, du wirst noch schneller. Das sind ja... Ja, ich will grad sagen, das sind deine Schuhe. Alter. Was machst du denn? Was ist deine? Da unten ist ne Krone. Ja, ich hab schon gesichtet. Was? Ach, da ganz unten. Ja. Oh, warte mal. Wenn der's mich trifft, dann explidi das bestimmt auch. Und? Schmeiß Sand in Humpen. Bam. Yeah. Alter, voll die epische Musik, hörst du das? Och, Secret. Wie war das, wo wir finden konnten? Hey. Hey. So, jetzt, Schlüssel. Haben wir nicht. Hä, warte mal. Hier lag doch eben ein Schlüssel. Hä, ne, das war da vorne. Ach so. Oder? Ja, das war da vorne. Ja, dann lass mal da hingehen. Hä, wir haben doch den Schlüssel schon mitgenommen, wir sind doch hier schon durch, hier. Ja. Ja. Alter. Oh, hier brauch ich noch ein bisschen gerade woanders. Auf. Okay, also vielleicht finden wir noch irgendwo einen Schlüssel. Aber nur vielleicht. Geld. Hey. Ist praktisch. Ich will hier links lang. Ja, ich will bloß das Geld holen. Och. In der Fackel hängen geblieben. Machst du ihn kaputt? Alter, noch mehr Mana. Ja. Ja, ist krass, ja. Boah. Yeah. Ja. Äh. 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 Das ist schlecht, Alter. Ja. Das ist richtig dumm, ey. Lalalala. Nyaaau. Seh doch. Ha. Hast du übersehen. Schön. Essen. Oh nein. Nein. Oh. Ähm. Du machst das schon. Würdest du mich verarschen? Ich warte mit meinem Kumpel. Alter, ich sterbe. Du musst das schaffen, du weißt ja. Hä, wieso? Keine Ahnung. Wer soll es denn schaffen? Äh. Nimm deinen Coup. Achja, hab ich auch noch. Yeah. Yeah. Trotzdem noch genug. Alter, ich sterbe. Berlin. Was los mit dir? Ähm. Ja. Wenn ich mich jetzt wieder belebe, bin ich bei dir. Nee. Doch. Echt? Ja. Mach mal. Ja. Aber ich kann... Ja. Damit hat das Spiel wahrscheinlich nicht gerechnet. Nee, eigentlich nicht. Ähm. Ja, ich weiß nicht. Warte mal. Resettet das vielleicht? Dass wir noch einen Schritt nach links gehen? Kann sein, kann sein, kann sein. Auf jeden Fall ist die epische Musik ausgegangen. Hm. Oh, yeah. Alles klar, so kriegt man das Spiel. Also... Okay, wir haben auf jeden Fall einen schönen Book gefunden. Äh, falls irgendwer das von dem Entwicklerteam sieht. Ihr habt uns scheiße gebaut. Ja. Nee, es ist echt Mist. Ja. Nee, dann, äh, mach ich hier einen kurzen Cut und wir sehen uns hier dann gleich wieder. Jo. So. Da wären wir wieder. Ey. Ey. Oh Alter. Oh, gut. Das wär's jetzt gewesen. Äh, Petty, da oben ist Sprengstoff. Das wäre Knorkel, wenn das da nachher auch noch ist. Ich glaube, das wäre... Ey, ich hab Kettenblitz. Ja und? Was ja, na und? Genau deswegen soll es so passen. So. Zwei sind schon mal kaputt. Alter. Was los? Lass mich. Nein! Ach. Meinst du das hätten wir gebraucht? Wird sich gleich herausstellen. Ah, es wird sich spawnen. Ah, siehste. Wusst ich. Ja. Natürlich. Nichts wird sich meiner Rache in den Weg stellen. So. Soviel zum Essen? Ja. Guck mal da, ist noch was. Lass mal da oben noch nacken. Okay. Lass den ja machen was da. Was gibt's hier? Ach, kommen wir auch nur wieder nach rechts. Geil. Okay, dann gehen wir doch hier lang. Oh, hier sind auch viele. Oh. Ähm. Was mit euch? Die Sekte. Die Sekte. Insekte. Auch, ja. Oh, das ist eine draußen Sekte. Das ist ne, äh. Nein, meine Krone. In der Mitte Sekte. Mitte. Mitte. Mit Sekte. Mit, ja. Das hilft ja auch keine Sinn. Ne, irgendwie nicht, ne. Ey, hier unten geht's auch weiter, ja? Ja, hier oben auch. Ja. Ne, jetzt mach... Wat nu? Na hier oben. Oh, hier ist aber komisch. Hallo? Ja. Hier ist bestimmt Ende. Aber hier ist dunkel. Wo geht's denn hier hin? Alter. Voll krank. Alter. Ich hab Angst weiter zu gehen. Ja, ich auch. Oh. Gibt mehr. Hab ich genau gesehen. Mhm. Alter, voll geil. Voll geil. Oh. Was war denn das? Ah. Vielleicht sollten wir doch erst unten lang gehen? Weil es sieht so aus, als ob wir hier echt lange weitergehen. Oder? Ja, es kann sein. Ja, es klappt. Hier ist noch was zu essen, ne? Ja. Jo. Gut. Ah, ich nehm trotzdem was anderes. Hilfe. Mach's das. Ich esse erstmal mal einen Hutten. Okay. Na, willst du hier oben weiter oder willst du unten noch machen? Ich glaube, ich will unten gucken. Okay. Oder? Findest du den Weg wieder, oder? Nicht. Ich hab nur Krümel gesehen. Okay, wird alles da. Aber warte mal, wir gucken erstmal nochmal hier links. Boah. 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 Alter, was ist denn hier? Ja, hier sieht's ja Ende aus. Ja, hier ist Ende. Ja, hier ist Ende. Ende, ja. Okay, dann gehen wir hier. Was ist hier links noch? Essen. Geld. Essen. Essen. Wozu essen? Haben. Warum isst man? Man erschießt sie nicht. Hä? Also gehen wir da unten nochmal lang. Was ist das für ein Spruch? Warum isst man? Man erschießt sie nicht. Hä? 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 Was ne Weisheit. Hä? Warte mal. Ähm. Ja. Klär mir das mal. Ja, weiß ich nicht. Okay, danke. Wo geht's lang? Überall. Hier. Alter. Richtig stark. Im Endeffekt ist es jetzt wirklich nur zwei Goldkisten oder so. Ja, was sag ich? Voll geil. Das war so Clown. Ja, aber haben oder nicht haben, ne? Ja. Vor allem ich. Bei mir ist es wichtig. Ja. Kann man hier nicht so ne Fackel mitnehmen? Wir leuchten doch schon voll alleine. Ja, stimmt. Warum auch immer. Ja. Hey. Ich dachte, die leuchten auch und kommen mit. Hey. Ja. Kommst du mal? Hä? Du musst hier auf mich warten. Ach quatsch. Scheiße. Also. Ich muss jetzt mal anmerken. Hier waren keine Drachen. Ja. Ich doch. Voll kacke. Ich dachte, hier kommen auch so geilen Drachen. Dabei kamen wieder nur so ne komischen Viecher. Level abgeschlossen. Ach. Das seh ich doch gerne. So, jetzt hab ich erstmal noch 50, ähm, Errungenschaften. Ne, wir haben beide keine. Doch. Nein. 100. Ne. Doch. Nein. Wieso nicht. Ich seh das doch hier. Ne. Stimmt. Ich hab die Augen zu. Äh. Hm. Das war's. Das Meer der Leere. Ja toll. Alter. Ey, das ist wieder so ne coole Metzelschlacht. Geil. 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 Ja. Jo, dann würde ich sagen, wir freuen uns. Also ich freu mich richtig darauf, wieder zu Metzeln. Ja, ich auch. Ist immer so richtig schön stumpf. Ne, ich hab keine Lust mehr. Lass abbrechen das Spiel. Alles klar, gut. Tschüss. Ja, tschüss.